Eine starke Partnerschaft lebt von Verantwortung und Vertrauen. Einem Vertrauen, das auf Zuverlässigkeit basiert und durch positive Erfahrungen wächst. Mit einem wachen Blick für die Wünsche und Bedürfnisse des anderen und einem Gespür für die richtige Lösung. Die Bielstein Group lebt diese Prinzipien seit 1844. Wir sind unseren Kunden ein starker Partner. Die Bielstein Group ist eine Dachmarke. Hinter der Bielstein Group verbirgt sich die Firma Ferdinand Bielstein mit drei unterschiedlichen Marken. Febi, Swag und Blueprint. Unsere Produkte sind Automobilersatzteile jeglicher Art. Kaum ein anderer hat so viele Artikel wie wir und das überzeugt viele Kunden. Die Bielstein Group steht für Herstellerkompetenz. Wir sind das kundenorientierteste Unternehmen im Independent Aftermarket. Wir sind weltweit in 160 Ländern aktiv mit Logistik vor Ort. Die Logistik in Annepetal stellt sicher, dass die Ware innerhalb kürzester Zeit bei den Handelspartnern oder auch in den Werkstätten ist. Neben der Zentrallogistik haben wir uns natürlich auch sehr stark in einigen Ländern aufgestellt mit eigener Logistik, weil wir immer sehr schnell am Kunden sein wollen. In Japan, Südamerika, USA, überall finden Sie unsere Teile bei den relevanten Großhändern. Wir sorgen dafür, dass die Werkstatt alle für die Reparatur notwendigen Teile auch wirklich just in time am Auto zur Verfügung hat. Das Unternehmen selber kommt aus der Fertigung. Das ist unsere DNA, wo wir unseren Qualitätsanspruch schon vor 170 Jahren definiert haben. Wir können mit der Engineering durchaus nachweisen, dass unsere Produkte diesem Standard made in Germany entsprechen und auch die Qualität der Produkte am Ende dafür stehen. Präzision ist besonders wichtig für die Bielstein Group. Wir sind in der Lage, einen Teil 1 zu 1 herzustellen, wie der Kunde das fordert. Es gibt immer einen Originalteil. Es gibt immer den Fahrzeughersteller, der definiert Qualität. Und wenn wir hier eine andere Qualität dem Kunden anbieten würden, dann bin ich sicher, würde der das relativ schnell merken. Der Qualitätsanspruch besteht in einer zeitwertgerechten Lösung, in einer zeitwertgerechten Qualität. Ein Händler möchte grundsätzlich bei einem Hersteller kaufen. Und das findet er bei uns vor. Weil wir als produzierender Betrieb hohe Qualitätsstandards haben, die richtigen Leute haben, die Zeichner, die Entwickler, die Ingenieure. Das können wir natürlich auch auf Teile, die wir zukaufen, übertragen. Wir haben First Sample Tests. Wir arbeiten mit OE-Samples, indem wir die Artikel überprüfen und immer nah am Originalteil arbeiten, sodass der Kunde immer die optimale Qualität bekommt. Vertrauen bekommen Sie, indem Sie mal Vertrauen gegeben haben. Irgendeiner muss in Vorleistung treten. Wir als Unternehmen treten ganz deutlich in Vorleistung, um unseren Kunden eben halt Sicherheit zu geben. Wir sind mit Mitarbeitern vor Ort, die in den Werkstätten oder auch bei den Handelspartnern unserer Kunden aktiv für die Marken einstehen und vor allem den Werkstätten dabei helfen, die Teile, die wir heute verkaufen, richtig zu verbauen. Wir machen sehr, sehr viel für unsere Kunden. Wir bieten die beste Datenqualität im freien Markt an. Die Kunden sind eigentlich Augen und Ohren im Markt. Das heißt, wenn der Kunde sagt, die und die Bauteile sind wichtig für uns, dann ist es unsere Aufgabe, in neuen Produktlinien zu denken, um entsprechend die Märkte richtig bedienen zu können. Ich wünsche mir persönlich, dass wir auf diesem Weg genauso weitermachen und das Unternehmen auf die Märkte so erfolgreich anpassen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Die Billsteing Group richtet sich zukünftig mehr und mehr international aus. In den vergangenen zehn Jahren ist das Unternehmen mit den drei Marken sehr stark gewachsen. Wir sehen auf der einen Seite natürlich den Vertriebs-, den Verkaufserfolg, aber insbesondere den Aufbau von Strukturen durch die Gründung von Niederlassungen mit Menschen, die an das gleiche Ziel glauben. Sich zu entfalten, sich zu entwickeln, seine Ideen einzubringen, dafür zu brennen. Mich motiviert vor allem die Zufriedenheit des Kunden. Also das Servicegedanke, dass man darauf eingeht, was ein Kunde braucht, was ein Kunde möchte. Wir wollen immer noch mehr erreichen, wir haben immer noch große Ziele und das begeistert mich, das interessiert mich und es hält mich dann auch wieder motiviert, erweit zu bleiben. Wir wollen uns die Betriebs-Taktion. Wir wollen uns die Betriebs-Taktion.